Musik Jetzt weiß ich nicht mehr, ob's mit... Ach, ich bin doch ein Idiot. Es geht doch nach Zeit hier. Ja, er lebt noch, er hängt noch, er lebt noch. Nein. Jetzt aber mal schnell hier. Na also, wie war das hier? Man muss, glaube ich, erst hier runter gehen. Da ist, glaube ich, der Schalter für die Tür. Ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ach, genau, der Schalter, ja, der Schalter für die Tür ist zur anderen Seite, aber man muss hier eben hin. Das wird so knapp. Das ist Level 9 erst. CNF 12, das sind harte Levels. Oh, ich dachte, ich wäre schon vorbei. Mist, wie er halt zauber blockt. Pfff... Ich nehme es lieber. Okay, und kommt überhaupt noch eine Wache? Ich glaube, ja. Ach, wir müssen oben. Oh. So, das nimmt, dass du den Bildschirm umdrehen. Aber ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit. Ich glaube, man kann dadurch dann sich dann noch so ein Herz holen. Auf der anderen Seite. Von Anbetracht der Zeitschwierigkeiten lassen wir das jetzt. Später beim Sultan fehlen uns dann die Leben. Aber sobald wir beim Sultan sind, hört die Zeit auf. Das heißt, da haben wir ja dann auch eine Weile Möglichkeiten zu probieren und die 100 Parts doch falsch zu machen. Pam, badadam. Pam, badadam. So, und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Puh, Prinzessin, wir kommen. So, und hiermit unterbreche ich dieses Display, um mir im Internet einen Internetguide anzugucken, um zu wissen, wie ich diese Definition 2.0.0.0.0.0 noch schaffen kann. Nein, natürlich nicht. Das ist alles hier live und echt. Also, wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Und dann laden wir es eben nicht geschafft hoch. Die Blöße gebe ich mir. Kein Problem. Aber noch haben wir es in der Hand. Wie war das hier? Ich glaube, wir können... Ich muss überlegen. Wie war das denn hier? Wir müssen doch hier... Oh, wir hätten von der anderen Seite auch kommen können. Oh, das ist doch... Das kannst du dir vergessen. 21 Minuten. Level... Level 11 oder 10. Level 10 ist das, oder? Ach, wir sind völlig falsch. Na ja, wir müssen mal da sind. Na ja, wir müssen mal da sind. Wir müssen schon mal den hier erledigt. Was ja gar nicht so schlecht ist. Es sei denn, wir sterben noch mal. Da hat das natürlich nichts gebracht. Wir wussten das doch, dass das kommt. Und trotzdem wäre mir fast wieder reingefallen. Dann war es mir des Wortes reingefallen. Ich glaube, ich bin viel zu defensiv. Man müsste manchmal einfach viel mehr... ...aggressiver hier kämpfen. Und dann wäre das bestimmt manchmal einfacher auch. So, wie machen wir das jetzt hier? Das geht nicht. Man kommt da nicht drüber. Ich glaube das nicht. Doch, man kommt da drüber. Natürlich kommt man. Ah. Ich wollte nur schauen, was wackelt und was nicht. Die Neugier hat uns ein Leben gekostet. So. Lauf. So geht's natürlich auch. Die Soundeffekte, die sind wirklich episch. Waren wir wieder zu langsam. Alles kein Problem. Und der hier ist schon tot. Wuhu. Daniel, man darf sich nicht über den Tod anderer Leute erfreuen. Ach, in dem Spiel ein bisschen so leicht. So. Jetzt. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend.